Wenn die Tussi kommt, ist es mal angenommen. Da kommt jetzt jemand. Müssen. Ja. Was war das jetzt? Hallo? Huh, wie kommt? Deswegen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu den Eberwürfen der Sightman Back in Action. Ja, in der Gefahr, weil er das tolle Monster erschienen ist und uns gerne zermalmen möchte. Geil, oder? Einmal hat sie es uns schon gekriegt mit einem Schlag und wurde den wir erledigt. Wo ist das denn jetzt? Da vorne müsste es doch sein, oder? Yo. Ist es schnell unterwegs? Sucht es mich noch? Nein. Okay. Dann werden wir kurz nochmal hier raus museln. Digga, hier. Guck mal, hier bin ich. Ja, wir müssen ihn ein bisschen austricksen und schnell sein. Das ist das zweite Problem. Siehst du mich? Er hat mich gesehen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Okay. Und da. Boah, das war knapp. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schnell sein, schnell sein. Komm, 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 komm. Mach auf. Schnell, 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 schnell. Wow. Dreh. Dreh. Was ist denn schon da? Schnell, schnell. Wow, ein Schlag und ich bin tot. Deswegen, das ist brutal. Total. Uh, rein. Puh. Kann er da reinschlagen? Ne, der hängt dann da fest. Er geht dann hinten lang. Okay. Guckt er dann? Wo ist er jetzt? Ah. Da ist er. Okay, da läuft jetzt die ganze Strecke, wie es aussieht, ne? Wie es aussieht. Mal schauen, ob er wirklich die ganze Strecke läuft. Wenn ja, dann kann ich nämlich... Auch mal hin. Auf. Oh Gott. Forte haben wir länger gebraucht. Ist doch uncool, wenn man sich nicht beherren kann. Na? Na, kleiner Mann? Wo bist du? Da kommst du angelaufen. Da läuft nicht mal die ganze Strecke. Oder? Ne, irgendwie nicht. Doch. Läufst du jetzt hinter? Läufst du die ganze Strecke? Oder ist er wieder oben? Oh, genau. Hat er mich gesehen? Nein. Das Ding ist, er darf mich halt auch nicht sehen. Umso besser. Wenn er mich nicht sieht. Aber den Vorteil... Wo kommt der? Dass ich die Tür aufmachen kann. Aber ich weiß nicht, ob er das hört, wenn ich das aufdrehe. Kommt gar nicht. Hab ich so das Gefühl. Nein, lass los. Kommt der oder nicht? Mach jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Schnell raus. Er hat mich selbst gehört. Wow, weg ist er. Puh. Krasser Scheiß. Dann ist der auch weg. Meine Fresse. Das ist nicht so nett. Jetzt sind wir wieder zurück. Hofft nur nicht, dass jetzt hier gleich wieder was auftaucht. Wird jetzt bei jedem Weg was auftauchen. So, wo ich hier die E-Bugin kenne. Muss das ja passieren. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Das ist natürlich echt schön. So, nochmal Strom. Das ist Nummer zwei. Da geht das Tor auf. Dann brauchen wir nämlich nur eine. Natürlich. Werden wir das auch meistern. Irgendwie. Was pieselt hier so? Nichts. Gut. Was wartet hier auf uns? Na? Ihr kleinen Schlingels. Ich sehe nur nichts. Da kann man auch rein. Nur wieso. Um sich zu verstecken. Nichts weiter. Ob das so eine gute Idee ist. Das ist die andere Variante. Da oben ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Das ist echt nur ein Raum, um sich zu verstecken. Meinst du, dass das andere Viech hierher kommt? Bin ich das? Sag mir, ich bin das. Nein, ich bin das nicht. Jetzt habe ich schon gedacht. Was? Zwei Türen. Prima. Prima. So. Die eine führt. Raus, um das Ding zu holen. Und die andere? Sind Monster drin? Wetter. Ich höre zumindest mal nichts. Ja. Zu. Warum wohl? Gleich ist es nicht mehr zu. Ich habe es im Urin. Da kann ich auch nicht runterspringen. Na dann. Ja. Wir müssen irgendwie da rüber. Es geht nur um den Weg zurück. Wetten die Tussi kommt. Jetzt mal angenommen. Da kommt jetzt jemand. Müssen. Ja. Was war das jetzt? Hallo? Hu, wie kommt. Deswegen. Ach, da ist eine Falle auch noch. Was ist das für eine? Ah. Lol. Einmal aufgespießt. Jetzt weiß ich aber wahrscheinlich, dass der Schrank ist. Um sich vor Ruvik zu verstecken. Aber ich wurde davor aufgespießt. Och. Hätte mir auch Ruvik kriegen können. Hätte sie im Auge gönnt. Einmal im Leben. Wo bin ich denn jetzt? Äh. Monster? Wie Monster? Gerade jemand noch Ruvik da. Hä? Komisch. Hm. Kommt hier jetzt jemand? Ich habe so das Gefühl, nein. Nein. Kommt doch näher. Ich höre es doch ganz genau. Natürlich. Ohne sich zu wehren ist natürlich ganz praktisch. Hm. Hallo? Jemand da? Hallo? Hallo? Problem, viel kann ich ja nicht machen. Ah, okay. Ach, die Tür ist hier weg. Kann es sein, ich muss hier in die Falle locken? Wie komische... Wie eine komische Falle? Ich weiß es nicht. Gibt es was? Jupp, bringt was. Da sind aber noch mehr, hä? Hm. Die Tür fehlt ja jetzt komplett. Hier ist gar nichts. Die Frage ist... Wohin? Oder ist die Tür jetzt... wieder da? Ne, die Tür ist komplett weg. Komplett weg. Ich habe so das Gefühl, ich muss durch die eine Tür. Ja. War ja klar. Hallo? Hallo? Die Frage halt. Das ist halt scheiße, weil... Ich müsste beide... Ich müsste an beide einfach vorbeischleichen. Das ist mein Ding. Ob das machbar ist. Ich weiß nicht, wie die Dame läuft. Ist ja auch eine Falle. Ja, ist auch eine Falle. Okay, da ist auch eine Falle. Gut zu wissen. Okay, die Dame kommt. Nicht. Kommt die oder kommt die nicht? Nee. Hier, guck mal. Siehst mich. Guck mal hier. Komm. 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 So. So, ist die Frage. Wie läuft die jetzt? Läuft die zu mir? Hier drüben. Hier drüben. Natürlich läuft die andersrum. Sieh mich nicht. Genau, genau. Genau. Das ist genau richtig. Ja, 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 ja. Und, und, und? Was? Interessiert das gar nicht? Die Falle geht nur einmal, oder? Bis es aussieht, geht die nur einmal. Ach, du Scheiße. Hm. Was mach ich da? Und, wenn die nur einmal geht? Das ist doch auch blöd. Ja, die geht eigentlich nur einmal. Verdammt. Wie kriege ich die von da weggelockt? Komische Runde, die es da dreht. Hm. Das ist zwar nicht schnell, aber... Die bleibt ganz an dem Schalter. Das ist doch auch kacke. Ganz an dem scheiß Schalter bleibt. Die hätte die umbringen müssen. Das muss hier locken. Anders geht's nicht. Hey! Ja, genau. Der läuft hier genau. Umschalten. Ach, du Kacke. Das ist zu. Super. Ich sollte mich beeilen. Habt so das Gefühl. Aber ob das so eine gute Idee ist? Weiß ich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Was? Tot. Nein, oder? Verarschen. Was? Wie? Ja, klar. Wie soll das gehen? Was? Ja, genau. Wie soll das sagen? Genau. Das Spiel mobbt einen, ey. Ohne Witz. Leckt mich am Arsch. Hinter einen wird das Tor zusammengetreten. Vor einem werden alle aus dem Gefängnis freigelassen. Echt geil. Geil. Komm hoch. Komm hoch. Ja, komm. Komm, komm. Was? Geht das Tor auf? Ja, geil. Und die kommen da raus. Komm, lass los. Lass doch los. Ich muss da rein. Gott sei Dank. Boah. Und wenn die da rumrennen. Ha. Geil. Prost Mahlzeit. Wir hätten erst den ganzen ausweichen müssen. Na, egal. Ich würde jetzt aber sagen, ich bin hier diesen Part und werde im nächsten Mal hier weitergehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.